Herzlich Willkommen zu einem neuen Straßenbahnvideo aus Düsseldorf. Nämlich war ich für euch am Donnerstag, den 14.08.2014 an den Haltestellen Mörsenburg-Heinrichstraße, Amsteinberg, Bremenplatz, Pempelvorterstraße und habe für euch die Umleitungen wegen den Gleisbauarbeiten auf den Straßenbahnlinien 706 und 709 aufgenommen. Seit Samstag, den 9.08.2014 fährt die Linie 709 ab der Haltestelle Schlüterstraße Arbeitsagentur eine Umleitung über die Grafenberger Allee in Richtung Jakobistraße von dort aus über den Linienweg der 707. in Richtung Düsseldorf Hauptbahnhof, um nach Neussow kommen, Richtung Grafenberg oder Gerrissheim vor die Linie 709 erst ab der Haltestelle Worringer Platz eine Umleitung über den Linienweg der 704 bis zur Haltestelle Pempelvorterstraße und von dort aus rechts über die Grafenberger Allee zur Haltestelle Schlüterstraße Arbeitsagentur. Auf der Linie 706, die am Montag, den 11.08.2014 gesperrt worden ist, fahren die Straßenbahnen nur zwischen den Haltestellen am Steinberg und Bremenplatz. Dann kann man ab Bremenplatz noch bis zur Haltestelle Mörsenbruch-Heinrichstraße weiterfahren. Die Gleisbauarbeiten gehen noch bis zum 18.08.2014. Macht es gut, euer Rheinbahnfällen 2.0. Viel Spaß mit diesem Video. renner wie zum 20.30 Uhr In der Usedatien den Innenhof Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020